ja hallo und herzlich willkommen meine lieben mein name ist thomas klein experte für die neukundengewinnung b2b in der t-branche zu diesem daily tipp zur kaltakquise und zu mehr erfolg im verkauf und in der lead generierung dieser tipp ist vom 26.01.2021 und dann schießen wir doch gleich mal los heute gibt es mehr oder weniger einen mindset tipp ja ein mindset tipp und zwar was ist der unterschied zwischen einem überdurchschnittlichen verdiener im marketing und sales und einem unterdurchschnittlichen verdiener sprich what's the difference between a loser and a winner ganz einfach der loser sales wenn er einen erfolg wenn ein abschluss hat oder ein lead gemacht hat springt auf vor freude und holt sich sofort einen kaffee zur belohnung um sich mit einer frischen tasse kaffee in der stehküche jedem mitzuteilen was er für ein tolles lead gemacht hat der gewinner selbst springt auf ebenfalls auf vor freude macht aber direkt sofort weiter mit dem nächsten kontakt um momentum aufzubauen momentum immer mit dem ziel sein bis dato bestes ergebnis zu schlagen sprich sich selber zu schlagen das ist der ganz ganz große unterschied zwischen den loser oder unterdurchschnittlichen verdienenden sales und marketing und überdurchschnittlich verdienenden sales marketing viele die es machen wieder loser sales wundern sich immer dass sie nie über den durchschnitt kommen oder immer unterdurchschnittlich am ende des monats oder am ende des jahres provisionen bekommen und das ist einer der entscheidenden faktoren der loser sales der bei jedem keinen mikro erfolg sofort aufspringt und sich selbst belohnt und so weiter irgendwelche lorbeeren erntet wird niemals niemals ins momentum reinkommen und du brauchst momentum um außer überdurchschnittliche außerordentliche leistungen erbringen zu können im sales und marketing das ist absolute a und o wir sprechen hier also hauptsächlich vom tele sales ja okay also funktioniert auf jeden fall mein absoluter tipp aus der praxis ja nur aus der praxis hier tipps ja und dann bis zum nächsten tipp bis zum nächsten tipp happy hunting dein thomas klein wir sehen uns später schon mal bei meiner akademie vorbei ich klicke und klicke unten hier unten findest du ein link tschau tschau